Neues Wesen kennengelernt. Ah, hier waren wir schon mal. Dann gehe ich doch mal ganz nach rechts. Oh, wer bist du? Null. Hm, oh, das sieht ja komisch aus. Hey. Können wir da nicht irgendwas machen? Weil das Wesen kennen wir noch nicht, oder? Ich will jetzt ja nicht sehen, dass da irgendwas passiert ist. Also, dass wir eine neue Karte bekommen haben. Vielleicht kann ich es nochmal anklicken. Passiert jetzt was anderes? Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Hm, ich glaube nicht. Können nix machen. Halt! Hm, egal. Ui, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, was ist das? Lol. Oh, was ist das? O, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Ach so. Und jetzt? Okay, wir können da die Kugeln reinhauen. Ja, das ist doch die Sonne, oder? Oh, das ist das. Das ist jetzt echt strange. Herrlich verrückt. Okay, dann macht er nichts mehr. Ah, die Erde. Ah, ich nehme mit. Okay, äh... Wir haben die Karte für diesen Kosmos bekommen, wie es scheint. Ähm, Karte? Wo bin ich jetzt hergekommen? Okay, von dort oben links bin ich gekommen. Dann gehen wir noch oben rechts. Und da oben rechts. Oh je... Okay, hier ist die Sonne. Irgendein... Was bedeuten eigentlich diese komischen Ze... Oh, es ist dunkel. So, er braucht eine Flöte. Okay. Gehen wir mal runter, oder? Oh, was könnt ihr? Oh, was könnt ihr? Kommisch. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Oh, was ist das? Cool. Okay, der Typ will also diese Teile. Merken wir uns mal. Wo ist die Karte? Nein! Die Karte! Nein! So, die Karte kann ich anschauen. Ah, dahin müssen wir also. Wenn wir alles haben. Okay, was ist das? Der braucht ein Auge, oder wie? Scheint so. Und was ist das für ein Viech? Aha, hier ist die Flöte. Die brauchen wir doch. Irgendwas? Ne, wir haben bloß... Hier waren wir schon mal. Na, folgen wir denen doch mal. Ah, vielleicht muss ich die fangen. Oh, okay. Toll. Hopp. 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 Ah, cool. Wo bin ich hier? Oh. Hey, was ist das? Eine Schildkröte? Die sieht ziemlich groß aus und ziemlich weit weg. Und dort hinten ist noch eine. Wie bin ich hier? Ich möchte sehen, was hier passiert. Auch wenn sie sehr langsam ist, aber... Ah, haha. Es hat sich gelohnt. Ah, okay. Sie wollte bloß was fressen. Ähm, von da sind wir gekommen. Die... Die muss ich vielleicht... Ja. Wenn sie... hier oben reingehen. Okay, wenn sie da, dann muss ich da rauskommen. Wo kommen die jetzt raus? Von dort unten kam sie gerade raus. Hm? Okay. Okay. War los. Das war falsch. Oh, cool. Kasperletheater? Ja! Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Ja. Der Drache und... Der Ritter. Wow! Eew! 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 Das hat nicht gefallen. Eew! 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 Ein neues Wesen, das war doch auch interessant. Kann man euch überhaupt fangen? Nein, nicht schließen. Hm, das sieht eigentlich recht schlecht aus. Ich bin so faul, das musste mir zu merken. Dann kommen sie da raus. Wo kommen sie jetzt raus? Da kommen sie da raus. Vielleicht muss ich jetzt da lang? Nein. War zu einfach. Okay, wenn sie... Dann kommen sie da raus. Oh, verflucht. Ich glaube, die kann man nicht erwischen. Na gut. Schauen wir einfach mal weiter. Karte. Wo bin ich da? Bin ich da? Labyrinth. Da komme ich nicht weiter. Hm. Ah, das Auge, das brauche ich. Na, wie kriege ich das? Ja, das ist. Hmm. Ja, was könnte man hier machen? Bleib mal da ein bisschen stehen. Ich will das Auge haben, die kann man schaukeln lassen, was kann man mit denen machen? Den kann man fliegen lassen. Eine Feder. Verflucht, ich habe keinen Plan, was man hier machen könnte. Habe ich irgendwas? Nein. Und wir haben wieder ein paar Zitronen. Und wir haben wieder ein paar Zitronen. Bringt uns aber nicht viel weiter. Da war ich schon. Der will seine Flöte haben. Der will seine Sonne haben, die vom Wurm geklaut wurde. Mit denen... War ich hier schon? Sieht gut aus, da war ich schon. Mit euch kann ich nicht viel anstellen. Nein, da bin ich falsch. Da muss ich später hin, wenn ich alles geschafft habe. Ich kann nicht viel anstellen. Ähm, ja genau. Die Brau müssen wir das Auge besorgen. Aber wie? Und mit denen muss ich bestimmt auch irgendwas machen können. Aber was? Ja, wo könnte man jetzt noch hingehen? Okay, die Flöte brauchen wir auf jeden Fall. Ach. Hier waren wir schon. Mensch. Ah, okay. Schauen wir einfach hier. Gibt's da irgendwas? Hm, sieht schlecht aus. Ah doch, da waren wir schon. Okay. Ansonsten gibt's hier... Oh doch, waren wir hier schon? Ah, eine Geschichte. So können wir die Spinne also besiegen, oder wie? Hm, hm. Interessant. Ah, ich jetzt da oder da? Ich glaub da. Ähm, nee, da gibt's auch nichts. Oh. Hihihi, ich hab die Flöte. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Okay. Dann sind wir, glaub ich, hier fertig. Guck mal, wer wollte die Flöte nochmal? Dieser eine Mann im Dunkeln. Wo ist der? Hm, da ist noch irgendwas. Da bin ich. Wo ist der? Wo ist der? Da bin ich. Oh, nein. Da bin ich.